hä wir werden so rasiert aber wir haben jemanden von club taco im game taco 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 burrito und burrito und wir haben die brennende sense was haben die ap 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 und ad mache ich es wie der andere was sagst du gegen die drei tanks oder aber kauft hier fangen mit dem mit den giants bildern an oder so auch hier noch boots und zwei ports ein bisschen den techno viking raus hängen lassen hier ich habe einen guten job es ist gewesen ich habe es genau gesehen und hatte ich für dich zu ihm bruder was gemacht ja oh heute sind alle low, das ist gut dann hol ich gleich meinen adc style durch oder seien kann wenigstens spielen da überlebt auch mit einem tipp jeder überleben alle mit drei leben die mal auch mit meinem e getroffen aber er stirbt nicht kommen wir stehen mit seinen zwei lieben ich habe gleich mal stehen weil dann gibt es ein ehem sie kenne war mein Oh fuck, die Annie ist ja auch noch da. Lovito, geht doch nicht mit, Alter. Mimimi, all I hear is mimimi. Kiel. Anni hat ihren Stun. 1, 2, 3. Player Left. Oh, Peter. Du bist alleine, Digga. Also, sowohl P. Nice. Ah, sorry, ich hab den Stun. AFC. 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 Nimm mal den hinten, Hilfe. Ich hab gesagt, ich bin AFC. Okay. Random Hook. Oh fuck. Boah, nice. Hä? Hä? Was haben die denn mit mir gemacht, bitte? Umgereicht, Biene Schnitz. Oh mein Gott, ist ähm, den Kragers Ult. Glaub ich natürlich verplant, like a boss. Dieser Ult von Annie war gut. Glaub ich leider nicht gesehen. War der wirklich gut, oder? Der war richtig scheiße. Ahn, ich will meinen Old haben. Hast du noch nicht? Stopp. Leider nein. Jetzt kriegst du's ja von dem Silien überreicht. Auf der Silbertablette. Oh fuck. Oh fuck. All of them open is no good. Ja. Ja. Fall me. Ja. Oh gut, einen gefiederten Olaf zu haben. Dann richtig hemmen gehen. Aber gegen hier hab ich auch nicht, also... Na ja, die können mich halt nicht zu ziehen, das ist schon ganz cool. Aber sie nutzt uns dann nicht mehr. Ach, 250 True Image ist so angenehm. Na ja, die haben echt viel, viel, äh, krasse Wälder. Da brennt uns jetzt. Wir dürfen jetzt nicht so auf einem Hofen stehen, aber ich bin sowieso tot. Ah, ich hab keine Mana. Na ja. Also ich krasse mal, die haben Malf. Da haben sie noch Kragas und Tibbers, alter. Das ist schon echt hart, dass die an Ulz haben. Ja. Aber alle... Okay. Braum geht, thank you. Aber ansonsten... Alter, Malf wird noch Semeroad auch tanky sein wahrscheinlich. Ich hau ne Bombe auf den Tibbers, wenn der weg ist. Dann ist er dann instant bei Annie. Ich muss jetzt noch 30 Gold werden, aber ich verkauf meine Pots. Ich hau ne Bombe auf den Tibbers, wenn der weg ist, dann ist er dann instant bei Annie. Ich muss jetzt noch 30 Gold werden, aber ich verkauf meine Pots. Aufpassen, Malf holt. Aufpassen, Malf holt. Oder sonst irgendwas. Ich geh mal kurz das Bett meiner holen. Jetzt gibt's noch 10 Gold. Nach meiner Potsche. Ich freue mich mal nur noch. Was ist denn noch weiß, wenn er ganz oben ist? Zeig das Problem, welches Igen. Ich nehme mich mal nur noch, wie ich ja sagen muss. ... ich sage also noch nicht so и bei anderen Sachen. Ich nehme die Potsche. man holt ja noch gar nicht verdammt scheiße gott mal ab wir sind nur drei nicht hinten ist noch hier ja das sind den spack oder es nehmen ja er musste nur weg hier mit dem ding er wartet noch auf ihren holz zu zünden ich hab auch wieder holz auf leider nicht nein du entkommst mir nicht starker hoch gehe rein in den tor es war nötig Die sind fast ausschließlich AP, wa? Ja, ist blöd. So resilient. Habt ihr den Hockey? Ja, ja. Ja. Hey, ich behal, ja. Ich behal mich! Tötet! Die Andy! LOL! Hast du nichts mehr auf sie draufgekriegt, mit dem nicht mal sein komisches E oder was das ist? Ach, ich hab dreieinhalbk Gold. Ähm, nee. Da sollte ich lieber lassen. Grüßt du, was haben die da? Alles so. Ah, gut. Bitte hin. Okay, jetzt bin ich bisschen tanky. Oh, das ist doch nicht so sehr. Nicht so wie hier zu. und voll prädiktiv pass auf die er nie hat noch jenes da hast du nicht so etwas rauskommt Nice! Hehehe Schneeball! Schneeball! Auf duuuum! Die Mauten! Wollen den Scheiß mal endlich rausnehmen! Oh! Diesmal hab ich's geschafft! Ich bin in Weta, die Play-Ade! BTF zerstörst du! Ich hab' nicht mal zwei items fertig! Hiiiihaa! Ich glaub' ich glaub' mir gleich noch ein Bansheys hinterher, alter! Aber 7-Dim ist echt gut, ne? Ja, der spielt gut, zum Glück! Im Grunde hat Jin ja nur seine Auto-Taxi richtig damage drücken, von daher sind ja Ninja Derby's richtig stark gegen den, alter! Fällt mir jetzt grad zum ersten Mal auf! Andy steht noch hinter euch, ne? Ja! Schön, dass du wollt! Jo! Ich bin auch gleich wieder da! Ja, lass sie, alter! Danke, danke, meine Fans! Ja, lass sie, alter! Jetzt hol' ich mir ne Thorn-Mails, wegen dem Ficker Von Jin Oder ne Sunfire G-Feier ist auch gut Ich glaub' ich hol' mir ne Sunfire Sunfire ist immer gut Von Erik 60 Sekunden bis ich hol' hab' Kein schlechter Damage Woah, Leute! pass auf mal holt auf ok nevermind waaas geht los sind alle da pass auf, das ist einmal abbauen jetzt habe ich noch mal 0 ult, relativ relativ spart ich soll all in gehen oder? ne 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 ne, haut ab, haut ab geht all in naaah weht ja oh, er soll in, ult sogar noch naja, die killen mich sogar naaaah jawoll haha was? zur rasur des todes na, das hat spass gemacht, das game muss ich sagen jup